Ich nehm schon auf! Ich nehm schon auf! Hallo! Ja, okay. Ich kann auch's rausschneiden, nur so. Ja, okay, dann mach's. Hallo Leute! Hier ist wieder Eski! Let's Play 1! Willkommen zum... Willkommen zum... Okay. Hallo, let's play! Gehört, Spaß! Hallo Leute! Willkommen zum zehnten Part! Ich bin Eski! Let's Play 1! Und dabei sind... Hallo Leute! Willkommen zum zehnten Part! Vom Let's Play Together! Minecraft Classic! Ich bin Eski! Let's Play 1! Und dabei sind... Und... Syntax... Ja, Syntax... Syntax Craft, ja. Wenn man hier guckt, Aka, ja. Und wenn man hier denkt, wenn man jetzt sagt, äh... Syntax hört sich ein bisschen an wie Legolas. Ja. Ich kann's erklären... Das hört sich ein bisschen an wie ein alter, vergrummelter, grauer Mann. Syntax... Das hat jetzt ganz schön gehört. Ja. Syntax... Syntax... Warte mal, das hast du doch schon vorhin erklärt. Oh, Junge! Der Part ist auch nicht drin, Mann! Der Part ist auch nicht drin. Auf Pause gemacht. Ach so, wir machen jetzt ganz von vorne. Ja! Ja, ha! Out-Tack... Ach... Das gerade, oder? Nein! Ach... Fail! Oh, Scheide! Kommt einer jetzt viel mehr weg! Warum hab ich das bloß alles gebriefed? Okay, ich will... Come on, move with with... Und auch noch auf zu singen, sonst kann das noch ein Grundlitzplay werden. Warum denn? Hallöchen! 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 Scheiß Lara, wad! Die hat mal die Brüder und Syntax. Syntax macht mal die Brüder weg, ja! And Antigreef! Na super! Welch Rückel! Ja, das ist die Obdian. Ja, das ist die Obdian. Ja, das ist die Obdian. Die Obdian. Die Obdian. Warte, ich muss aber erstmal... Scheiße, der erste Roman ist gleich... Hallö! Die Obdian Tower! Die Obdian Tower, wiederhole! Okay, äh, tschüssi, ihr kleinen YouTuber. Die kleine, 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 kleine. Die Elisabeth gibt doch schon mich über 18. Sag einfach tschüss und es war's. Hallo? Tschüss. Friday is deleted. Tschüss, ich in Popöchen. More deleted. Jupp, ihr Lieben, das waren die Outtakes. Ähm, ja, diesmal waren auch Sachen aus... also mittendrin vom Let's Play und am Ende vom Let's Play und so drinne, die halt, ähm, auch, äh, im Video sind, aber nicht rausgeschnitten wurden. Ähm, aber sie waren halt lustig und man kann sie halt zu den Outtakes zählen. Und, ähm, ja, ich hoffe, sie haben euch gefallen und... Ihr kleinen YouTuber! Auf... 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 Neue Outtakes! Ja, ihr kleinen YouTuber! Beste Outtake, nicht wahr, Mor? Ja, Hans, Güter, der Kaka, 46. Ja, okay. Gut, äh, das war die Outtakes. Viel Spaß. Viel Spaß noch mit den anderen Videos, die noch kommen werden. Und die, die schon da waren. Mit den kleinen YouTubern. Hahaha.. Tschüss, äkline YouTuber, J3 ... Haha.. WIJ1